Herzlich willkommen zum dritten Teil der Mining Videoreihe 2021. In diesem Teil geht es um die AMD Radeon Treibereinstellungen für die RX 580 und der Radeon 7, wie ich am einfachsten die meiste Megahash Power herausbekomme. Kommen wir zunächst zur RX 580. Bei der RX 580 legt ihr als erstes mal den BIOS Jumper um. Es gibt zwei verschiedene BIOS Variante auf einer RX 580. Auf der Rückseite, also auf der oberen Seite ist ein kleiner Jumper. Diesen legt ihr bitte um und ihr werdet sofort schon eine Verbesserung von eurem Megahash merken. Jetzt haben mich viele gefragt, sagen mal, ich habe immer nur so um die 12 oder 15 Megahash. Warum machst du denn 24 bis 28 Megahash mit deiner Karte? Der wichtigste Grund ist schon mal dieser kleine Jumper. Ihr habt zwei verschiedene BIOSs auf der Grafikkarte und bitte legt den Jumper um auf Slow Mode. Im Slow Mode könnt ihr quasi mehr Megahash herausholen. Der zweite Grund, ihr habt ja den aktuellen AMD Treiber installiert. Es ist nicht mehr so wie früher, dass wir einen extra Mining-AMD-Treiber drauf haben. Es ist jetzt so, dass ihr euer Windows immer up-to-date haltet und bitte auch den Treiber up-to-date haltet. Und jetzt könnt ihr quasi im aktuellen AMD-Radeon-Treiber eine wichtige Umstellung durchführen, die euer Mining entscheidend verbessert. Ihr öffnet also nun euren Radeon-AMD-Treiber, geht oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungen, aktiviert dann links Grafikkarte, scrollt dort ganz nach unten, macht erweiterte Einstellungen, klickt darauf. Bei erweiterte Einstellungen scrollt ihr wieder ganz nach unten. Dort gibt es GPU-Auslastungen und diese müsst ihr auf Berechnung umstellen. Nicht auf Grafik, wie ihr es bei Spielen und Gaming habt, sondern auf Berechnung. Und wenn ihr das auf Berechnung umstellt, wird eure Megahash-Power sich entweder verdoppeln oder entscheidend vergrößern. Ihr werdet auf jeden Fall einen entscheidenden, wichtigen Unterschied merken, den ihr unbedingt durchführen müsst. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr leider nicht die volle Megahash-Power ausgereizt, die eure Grafikkarte euch bietet. Solltet ihr euch aber eine Radeon 7 einbauen, habt ihr diesen Menüpunkt nicht. Den musste ich vergebens suchen, weil eine Radeon 7 anscheinend nicht für Grafik und Berechnung einzeln getaktet werden kann. Sie kann einfach sich anscheinend selber umstellen und macht das Mining oder das Gaming-Berechnungen, Grafik, alles automatisch. Ihr habt quasi mit den Standardeinstellungen bei einer Radeon 7 schon um die 80 Megahash. Und wenn ihr etwas Fingerspitzengefühl, sie etwas bearbeitet, könnt ihr mit 90, 91 Megahash aus dieser Karte herausholen. Darauf gehen wir aber in einem anderen Video näher ein. Jetzt das Wichtigste ist einfach, wenn ihr eine RX 580 benutzt, dann müsst ihr auf Berechnung umstellen und den kleinen Jumper umlegen, um die meiste Power rauszuholen. Und bei einer Radeon 7 heißt es einfach nur reinstecken und Mining beginnen. Jetzt an der Stelle möchte ich einmal wieder Danke sagen an alle, die mit Mining meinen Kanal unterstützen. Ihr wisst ja aus den letzten Videos, diese Videoreihe wird durch euch unterstützt. Diejenigen, die ihr Mining Pool auf meine Wallet laufen lassen, unterstützen tatkräftig meinen Kanal. Hier in dem Falle ist es Sternchen wieder einmal und Worker01. Diese zwei User möchte ich ein ganz herzliches Dank aussprechen, die wieder tatkräftig dabei sind und diesen Kanal unterstützen. Solltest du Fragen haben oder vielleicht Hilfe brauchen, um dein Mining einzurichten, die Frage kam auch sehr oft. Wie kannst du mir helfen, meinen Miner mal einzurichten? Dann besuch mich doch auf Discord, Link ist unten in der Videobeschreibung und dann können wir diese Sache persönlich durchsprechen. Als kleine Gegenleistung wäre es dann natürlich nett, wenn dein Mining Rick von mir eingerichtet wurde, dass der Miner mal eine gewisse Zeit auf meine Wallet läuft, um diesen Kanal zu unterstützen. Die Wallet ist unten in der Videobeschreibung und der Link zu meinem Discord-Kanal ebenso. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich schon darauf, auf eure tatkräftige Unterstützung. Unser aller Zusammensein bringt uns einfach Erfolge. Ich merke schon, wie wir uns stetig weiterentwickeln. Das Mining geht wirklich krass voran. Wir haben wirklich sehr schöne Gesprächsrunden abends. Aber ich möchte euch bitten, wenn ihr Fragen habt, guckt euch vorher alle Videos aktiv an, weil ich merke mittlerweile, viele Fragen kommen in den Videos vor, die ich schon in vorherigen Videos beantwortet habe. Darum schaut euch die Videos aktiv und genau an, um etwaige Fragen, die vielleicht dort schon beantwortet sind, nicht nochmal zu stellen, dass wir nicht wieder bei Null anfangen müssen, sondern wirklich auf die schwierigen Probleme eingehen können. Zum Beispiel vor kurzem habe ich die Radeon 7 anstatt auf 80 MHz, wie sie standardmäßig gelaufen ist, auf 91 MHz gebracht, die stabil läuft mit weniger Strom. Aber das wird in eines der späteren Videos mal kommen, weil das ist etwas für, sag mal mal, für den fortgeschrittenen Mining-User. Und damit bedanke ich mich und wir werden in unserem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin und tschüss.